Mein Lieblingsexponat im Schweizer Finanzmuseum sind der Bulle und der Bär. Sie sind aus unserer aktuellen Sonderausstellung zu 30 Jahre SMI Aktienindizes erklärt. Bullen und Bären sind weltweit das Symbol für Börsen, für steigende und für fallende Kurse. Man fragt sich aber oft, warum ist das eigentlich so? In unserer Sonderausstellung an unseren beiden Exponaten erklären wir das und bringen ein bisschen Licht ins Dunkel und ich freue mich sehr, dass damit jetzt auch der Finanzplatz Schweiz und Zürich einen Bullen und einen Bären hat.